Hey, Phil. Hey. Wo warst du heute? Wo war ich? Na ja, beim Training. Auf dem Sportplatz. Du warst nicht da. Ach so, da. Ähm, ich hab da immer nur so rumgesessen. Ach so. Na dann. Schade eigentlich. Ich hab dich vermisst. Mich? Ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst. Und morgen? Morgen. Na ja, wenn du... Wenn du morgen wieder nur so da rumsitzt, dann... Dann warte doch einfach nach dem Training auf mich. Ähm, okay. Okay. Ja, ich hab dich vermisst. Okay. Sorry. Ich hab dich vermisst.